Die Funktion Zufallszahl Diese Funktion hat keine Argumente und ermittelt eine reelle Zufallszahl zwischen 0 und 1. Die Schreibweise lautet, ist gleich Zufallszahl, Klammer auf, Klammer zu. Wenn Sie eine Zufallszahl zwischen 0 und 100 ermitteln möchten, so multiplizieren Sie einfach die Funktion mit 100. Soll die Zufallszahl ganzzahlig sein, verwenden Sie zusätzlich noch die Funktion Ganzzahl. Dazu setzen Sie die bisherige Funktion in Klammern und schreiben davor, ist gleich Ganzzahl.